Hey Leute, willkommen zurück zu Obscuritas, dem Horrorspiel für hilflose Hundeliebhaber, denn die Hunde sind böse hier. Wir machen weiter auf dem Friedhof. Habe ich mir selbst ausgedacht, so eben spontan, diese Anse... nein, das mache ich nicht nochmal. Okay, ja, der Friedhof. Leider, leider, habe ich schon gehört, dass es später ein bisschen frustig wird, weil man doch sehr bescheidene Checkpoints hat. Können Sie doch noch was patchen bis Games? Ich hoffe es doch, weil das mit dem Hund war schon nicht so geil. Fand ich nicht so gut. Naja, mal sehen, wie es weitergeht. Es ist natürlich wieder sehr dunkel und ich sehe nichts, so gar nichts auf dem Friedhof. Auch nicht schon wieder ein Hund, oder? Ich höre ihn doch. Erstmal hier hinter. Kommen jetzt hier wieder Baumviecher? Auch bitte keine Baumviecher. Der läuft doch hier lang, ne? Da läuft er. Diesmal ist er stofflich. Nicht so geisterhaft. Oh Gott. Der knurrt schon. Oh, nö, der Hund kommt hierher. Oh, und jetzt rasselt es auch noch irgendwo. Okay, er ist um die Ecke. Schnell. Ich mache es schnell. Okay, da kann ich nichts machen. Weiter. Ich sag ja, diese Hunde, ne? Da hat es eben wieder geraschelt. Ich habe es genau gehört. Komm mal, meine Batterie. Meine Taschenlaber flackert schon, obwohl ich noch zwei Aufladungen habe. Da, da, da. Ja, ich habe jetzt neue Batterien, aber ich lasse trotzdem die Lampe noch ein bisschen aus, denn die wird sowieso gleich wieder leer sein. Oh Gott, was ist das für ein Friedhof? Wer hat denn gebaut? Warum ist der so verwinkelt, sag mal? Na gut, wer ihn gebaut hat, ist klar, aber Was denn? Da war doch gar nichts. Game over. Ich habe nichts gesehen, ja. War da eine Falle, oder was? Ja, ihr wisst, was das heißt. Wieder ganz von vorne, ne? Davon habe ich gesprochen. Ja, ist nicht so geil. Alles immer wieder von vorne. Und ich hoffe nicht, dass es noch frustiger wird. Weil ich bin jetzt schon ein bisschen gefrustet. Das wird ihn doch nicht stören, wenn ich hier renne, oder? Den lieben Hund. Oh nein, hier ist Ende Gelände. Hörtchen. Ich sehe ihn nicht. Doch. Da ist er. Ich hoffe nicht, dass der hier in meine Richtung kommt, ne? Ich muss hier schnell sein. Wie? Ein Luchs? Ja, jetzt geht er erst mal pinkeln. Okay. Jetzt rennen. Ich hätte vielleicht mal leuchten müssen. Ich schätze mal, da ging es nicht lang. Ach, hier. Das ist ja ein Irrgarten, dieser Friedhof. Das meine ich damit. Wer macht solche Friedhöfe? Ja, ja, ja. Ich bin nicht erschrocken. Alles gut. Was ist denn hier? Da ist doch nichts. Guck mal. Ach, da... Wow, da war wieder eine Druckplatte. Konnte ich ja nicht riechen, Mensch. Oh Gott, ist das düster jetzt. Halt die Schnauze. Wo ist denn hier? Oh Gott, wie weit geht das? Jetzt nicht hier, ne? Es ist mir jetzt egal, wo ich irgendwas vergessen haben könnte. Ich laufe einfach durch. Vielleicht habe ich nur ein paar Batterien vergessen oder Streichhölzer. Ist mir... Ich bin total egal. Ein riesiger Kopf. Aber hier ist nichts mehr. Da kommt Scheiß drauf. Ich bin mal dekadent. Ich kann nicht nachladen. Batterie. Komm, geh mal weg. Ein Balken. Ist alles nett hier, ne? Ist alles super nett. Ja, haha. Komm, mach leer. Ich will einen Balken abgezogen kriegen jetzt. So geht es, glaube ich, nicht schneller, Lea. Ist egal. Komm, jetzt scheiß drauf. Hier ist hell genug. Ich sehe alles. Ja, ich bin wie eine Katze. Rufst du auch deine Mutti so, oder was? Ich mag Gewitter. Ah. Was zur Hölle? Was war das? Was war das eben? Mich hat irgendwas festgehalten und dann habe ich alles ganz komisch wahrgenommen. Geht es hier weiter. Das ist hinter der Mauer, wo ich eben war beim Brunnen. Sackgasse. Warum? Ich schätze mal, hier bin ich richtig, weil es werden nicht einfach so Sachen kommen, wenn ich falsch bin, ne? Oh Gott. Ich höre schon wieder die Hunde. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Nein. Ich will es nicht hoffen. Da ist der Ausgang. Das ist los. Oh komm, lecko mio, ey. Ich renne jetzt einfach hier durch. Willkommen in Pineview Forest. Und ich bin Forest und ich laufe. Forest. Sarah Forest. Forest. Sarah. 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 Sarah first. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dann hätte ich lieber ein Haus, wo ich nicht sterben kann. Die Rätsel fand ich auch irgendwie cooler. Warum kann man überhaupt sterben in Horror spielen? Wer geht denn das hier noch? Sag mal. Und meine Batterie hält voll lange. Ja gut, jetzt geht sie gerade runter. Oh Gott. Ist das ein Weizenfeld? Ist das ein Kreis? Ne. Oh, hinter mir. Da ist ein Licht. Am Haus ist ein Licht. Okay, das war nicht echt. Oh Gott. Wenn jetzt gleich wieder eine Vogelscheuche kommt. Ich kriege einen Anfall, ne? Kriege einen Schreianfall. Nein. Ihr habt auch den Hund gehört, oder? Da ist der Schlüssel. Verpiss dich. Ehrlich, verpiss dich. Ich will nicht. Ich bin im nächsten Level. Okay. Habt ihr etwa gedacht, ich freue mich jetzt wirklich? Doch. Hab ich. Tue ich. Aber nicht so. Ah, schön. Schön. Was ist das hier? Streichhölzchen. Ich hab wieder 10. Hm. Durch die Fliegen. Guck mal. Haben die jetzt echt was gepatcht? Leute, habt ihr was gepatcht? André, habt ihr was gepatcht? Schmeiß doch nicht die Tür hinter mir zu. Warum hab ich jetzt auf einmal viel zu viele Batterien? Ich war wirklich nicht sparsam. Das müsst ihr zugeben. Ich hab die ganze Zeit die Taschenlampe an. Die ganze Zeit. Und hier ist nix. Da ist gar nix. Ne. Hallo? Tür auf. Klackert wieder irgendwas wie so Knochen. Oh. Ich hab nen Schlüssel gefunden. Und die Lampe kommt mir irgendwie... Oh, komm schon. Da hat schon wieder nen Hund geknurrt. Ist der jetzt ein dauerhafter Begleiter? Der gibt mir lieber Puppen und den ganzen Scheiß. Lieber Puppen und Blut. Ja. Hi. Oh, ist ja traumhaft. Was war das hier noch? Weißt du? Irgend so ein Landhaus und auf einmal... Irrenanstalt. Beziehungsweise OP. Das Dr. Mabuse. Und Family. Und Hund. Der gehört ja auch dazu. Kann ich vielleicht die Schubladen aufziehen? Hab ich auch nicht dran gedacht. Oh, die Taschenlampe, die sind echt die ganze Zeit auf hier. Das ist der Wahnsinn. Ihr habt das gepatcht, ne? Das kann nicht anders sein. Ich hab jetzt mitgezählt. Das war locker über ne Minute. Ja, sogar über zwei Minuten. Ist jetzt... Okay, jetzt geht ein Balken weg. Ich sag mal 90 Sekunden gefühlt sind es jetzt pro Balken. Und sie bleibt immer noch hell. Sie flackert nur ein bisschen mehr. Das ist gut. Das gefällt mir. Kann aber auch sein, dass es nur hier drin so wirkt, weil hier nicht so viele Störfaktoren sind wie anderes Licht von draußen. Ich red grad sehr viel, weil ich muss mich irgendwie ablenken, sonst krieg ich hier ein Rappel. Hier, da ist Knarzen. Da hat sich hier einer aufgehängt, ne? Ja, ja, hätte ich auch. Ist gar nichts. Ich geh nochmal in den Keller und hol mir die Batterie. Ne, pfeift drauf. Ich hab eh so viele. Ist egal. Außerdem tut sich da nichts vom Strupp. Da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Was macht sie denn? Ja, ich komm gleich. Badezimmer. Wenn jetzt gleich einer Redrum an den Spiegel schreibt, da... ...und abgezogen hat auch keiner, ne? Wow. Ist ne Toilette. Wer hätt's gedacht? Das Unanwesst ist hier an den Dusch verhängt, dass man nicht weiß, ob was hinter ist. Aber die gehen auch nicht auf. Von daher ist alles gut. Ah. Ja. Da ist der Köter. Alles nur Ablenkung. Da seht mal, ich sag's doch. Krieg ich wieder neue Batterien. Zack. Da ist der blöde Köter. Oh, die Musik, ne? Mit immer... Ah! Ja. Ich hab's gewusst, dass du kommst, Mädchen. Ich vermiss grad so ein bisschen die Schockeffekte, ehrlich gesagt. Ah! Okay, das war vielleicht ein kleiner Schockeffekte. Die Schubladen, ist da was drin? Kann ich da reingucken und reingreifen? Wahrscheinlich nicht. Nicht. Ah, ich hab ja wieder ein paar neue Horrorspiele, Leute. Ich hab schöne Horrorspiele für euch. Ja, der Papa hat wieder Horrorspiele. Aber die kommen wahrscheinlich am Wochenende. Mal gucken. Das gehört... Was ist das? Ulix. Multics. Ulinex. Danke übrigens an den Derpy dafür. Der hat mir was empfohlen. Das verrate ich euch aber noch nicht. Das verraten wir nicht. Das ist schon wieder ein Bad. Ich hab wieder... Genau dasselbe. Die Toilette mit Fliegen drin. Es gab ein bisschen Öl hier. Warum kommen da nicht noch ein paar... Schockeffekte? Der Aufzug scheint keinen Strom zu haben. Ach, na ja. Versicherung? Oh, guck mal da. Jemand hat die Sicherung entfernt. Ha! Der macht aber nix, der Hund. Kann das sein? Der lässt nur doof an mir vorbei. Was ist das denn? Tirasol. Tirasol. Kenne ich nicht. Was ist das? Stimmt. Lutschbonbons. Die haben immer so funky Namen. Wahrscheinlich ist es eher so gedacht, dass ich mich vor dem Hund verstecken soll. Aber der kriegt mich ja eh nicht. Ich mein... Der macht mir gar nix. Keine Summe zu fliegen. Oh, da kommt er wieder. Der läuft jetzt wahrscheinlich nur den Gang rauf und drunter, ne? Machst du gut, Hundi. Machst du gut. Da sind auch keine Sicherungen. Auch nicht. Habt ihr denn die bescheuerten Sicherungen versteckt? Boah, wie weit geht das denn doch hier? Ist ja ein Irrgang. Ja, nicht wirklich. Da hab ich einen. Haha. Was ist er denn? Hundchen. Noch mehr Blut auf dem Boden. Ist ja allerliebst. Ha! 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 Die dumme Sau! Oh, kacke! Okay, okay. Also wenn er... Wenn ich renne... Wenn ich renne, ja? Dann kriegt er mich. Ein Irrenhaus. Oh, Gott. Meine Beine. Alles Gänsehaut. Ja, wieder von vorn. Von vorn. Mal Batterien nachlegen. Zack. Ich renne jetzt hier durch. Ich renne jetzt einfach durch. Ist mir scheißegal. Wo ist der Hund? Ist das viel? Ist der Kerl. Oh, wow. Das ist noch... Das ist noch mehr. Wie viele Türen hier noch sind. Und noch ein Spind. Und alles. Ich glaube, der hört die Dosen. Und läuft da einfach nur schön so eine Patrouille und knurrt halt mal random, wie er will. Ja, ich kann nur eine aufheben. Haha. Sarah hat nur eine Hand. Ha! Oh! Ich muss leise sein. Bist besser auf den Hund lauschen. Aha. So, soll ich mir schnell die letzte Sicherung? Ich denke mal, dass es drei sind. Die goldene Regel der drei. Ihr wisst ja. Ich habe schon voll überzogen jetzt. Aber ich werde vielleicht ein bisschen was rausschneiden. Komm nicht wieder her, bitte. Ah! Ah! Oh! Ah, kommt er! Scheiße! Geh weg! Aha! Dieser dummer Hund! Den sieht man aber auch so beschissen. Ich habe eine Flieger auf der Linse. Hau ab! Ich hole mal eine neue Batterie rein, da ich was sehe. Wir letzten zwei Meter. Ja! Ah! Du scheiß Hund! Ah! 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 Leute, ich mache Schluss! Bis zum nächsten Mal mit Obscuritas. Scheiß! Dreck! Ah! Ich mache den Kopf. Dreck!